Ich habe es versucht mit diesen Leuten. Was habe ich denn nur gemacht, dass alle mich so hassen? Sogar mein Vater hat mich gehasst. Kann ich irgendwie helfen? Ich bin Sonny Liston. Ich werde Weltmeister im Schwergewicht. Ich habe viele Freunde in der Stadt, die dir zum Griff nach der Krone verhelfen könnten. Alles klar? Ja, alles klar. Hier kommt Sonny Liston, aus dem Weg! Habt ihr nicht gehört, was ich sage? Macht den Weg frei! Könnt ihr nicht hören? Geh beiseite, Mann! Macht Platz für den neuen Fan! Der Junge wird der nächste Schwergewichtsweltmeister. Der mischt alle auf. Was bei den Vorstrafen? Raus aus den Parken. Der ist unvermittelbar. Kommt schon, lass mich das regeln. Vielleicht wollen Sie was zu Ihren Verbindungen zum organisierten Verbrechen sagen. Verschwinde! Hau an! Nimm's mit nach Chicago, setz es auf Patterson. Was? Nein, das kann ich nicht. Sagtest du nicht, du hast ihn im Griff? Auf Sonny Listen. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Mein Name ist Jack Wells. Jeden Augenblick beginnt der Hauptkampf. Der Kampf, auf den wir alle gewartet haben. Der Herausforderer Sonny Listen gegen den amtierenden Schwergewichtsweltmeister Floyd Patterson. Dieses dumme Stück Scheiße. Die kneifen alle den Schwanz vor mir ein. Die Gegner wissen, wenn sie mit mir in den Ring steigen, dann bin ich wirklich diese Bestie, die in den Zeitungen steht. Wenn ich mich jetzt für dich so weit aus dem Fenster hänge, hältst du dich dann für mich vom Knast fern? Ich hoffe, Casheos Klee versucht dir nochmal den Arsch. Idiot. Und ne Frau wie du, die kann jeden Mann haben, den sie will. Ach, willst du dich an mich ranmachen? Vom Gefängnisinsassen zum frisch gekürten Weltmeister im Schwergewicht. Amen. Ansonsten! Amen. Oberst averaging sliced Educations